Ist ein Fahrer? Gibt es schon als Fahrer drin? Äh, sieh auf. Ist sie da? Ist sie noch was? Nein. Bisschen rechts, klein bisschen rechts. Oh, ich bin ein bisschen schneller, du kannst. So ist gut, bisschen schneller, ja. Rechts! Oh! Stopp, stopp, stopp! Geradeaus! Links. 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 Weiterer Links. Noch ein Stück Links. Noch ein kleines Stück. Und wieder rechts ein kleines Stück. Rechts! 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 Oh, stopp, geradeaus! No! Links! Bisschen links! Stopp, 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 stopp! Komm, fahr geradeaus. Bisschen weiter geradeaus. Jetzt gerade die Mauer. Ich schlutschte. So, langsam, links, links. Mit Gefühl, links. Komm, Junge. Links zur Kurve. Dies ist links und der andere ist links. Ich seh nicht! Du hast den Führerschein. Links und Gas geben. So, weiter, weiter. Links, Junge. Jetzt zurücksetzen. Rechts zurück. So, ist gut. Doch! Doch! Fährt der 180 zurück. Mit Ass erfährt. Flör, mach du mal. No, du wolltest, du machst jetzt. Ja, okay. Jetzt gib mir ein bisschen Gas. Und rechts. Rechts weiter, rechts weiter, rechts weiter, rechts weiter, rechts weiter, rechts weiter, 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 weiter. Hier, stopp, stopp, stopp! Okay, jetzt geradeaus. Geradeaus, langsam. Langsam, bisschen links, bisschen links, bisschen links, bisschen links, bisschen links. Okay. Zart rechts, zart rechts, zart rechts. Weiter, 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 rechts, 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 rechts. Das mit dem Zart erkennt nicht so gut. Ja, gib Domina rechts. Komm! So. Jetzt Gummi. Geradeaus. Aber nicht so schnell. Links, 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 links. Ah! Ja, bisschen mehr rechts. Bisschen mehr rechts. So, bisschen links. Zart. So, ist gut. So, ist gut. Jetzt gib Gas. Zart links immer. Zart links. Komm, du streichst jetzt gerade eine Frau. Mit die Fühlen links. Rechts, ganz feste, rechts. Setzt zurück. Setzt zurück links. Oh, du Scheiße. Alter, du kannst den Vollgas zurückfahren. Der ist irre, der Typ. Was sind wir? Wir haben uns gerade mit um 180 Grad gedreht. Wir müssen also wieder um 180 Grad zurückdrehen. So ist gut. Stopp. Mach du Flö. Okay, fahr ein bisschen rechts. Ein klein bisschen. Noch ein klein bisschen. Und gib ein bisschen Gas nach vorne. Rechts. Das ist wie in der Fahrschule. Rechts. Fahr zurück ein Stück. Ein Stück links zurück. Aber nur ein Stück. Stopp. Und jetzt fahr geradeaus und ganz klein bisschen links. Ein Mü links. Stopp. Ein Mü. Mein dieu. Was versteht ihr Männer? Nicht an einem verfickten Mü. Fahr links zurück. Aber nur ein Stück. Stopp. Fahr geradeaus und ein ganz klein bisschen nach rechts. Rechts. Kann es sein, dass dein Reifen kaputt ist? Ich gucke. Nein, der muss rückwärts fahren erstmal. Rückwärts links. Bleib mal kurz stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. So. Ein ganz kleines bisschen noch. So? Und jetzt gib Gas. Fahr geradeaus. Wey. Ein ganz klein bisschen nach rechts. Nicht so schnell geradeaus fahren. Mon dieu. Ein links Kurve. Ich brems, ich brems, ich brems, ich brems. Links ein bisschen. Nicht so verstärkt bremsen. Jetzt fahrs rückwärts. Fahr wieder geradeaus. Links. 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 Geradeaus. Links ein bisschen. Schau mal, wie ist die Helikide los. Rechts ein bisschen. Links. Die ist von Fleur. Die ist von dir. No, das ist nicht meins. Links. Ich habe das Gefühl, ich mache es ganz gut. Oh mon dieu. Ich war links. Wey. Wieder ein bisschen links. No. Das war nicht früh genug links. Ich schütte dich an, wie ein Baum gefällt. Auf die Plätze. Fertig. Los. Bisschen Gas. Bisschen Gas. Gut, gut. Bisschen rechts. Bisschen rechts. So ist gut. Gas geben. Gas geben. Gas geben. Gas geben. Gut, geht Gas. Gibt Gas. Gas 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 Gas. Weiter so. Bisschen rechts. Bisschen rechts. Bisschen rechts. Bisschen rechts. Gas 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 Gas. Gut so. Bisschen links 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 links. Bisschen, nicht viel rechts 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 rechts. Rechts. Da war ein Baum. Rechts. Links. Oh nein. Was denn jetzt? Du bist bekloppt Junge. Fahr zurück, das ist ein Baum. Fahr zurück. Zurück. rückwärts rechts geradeaus geradeaus war aus gut so ist gut geradeaus geradeaus weiter 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 kleine bäume interessieren gar nicht weiter weiter geht gas bisschen rechts ein bisschen rechts ein bisschen rechts drei mit Fidas links 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 viel links viel links Feelings all weiter �menschen rechts rechtрийte recht viel recht gut sehr bis zur links geradeaus links links rechts 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 läuft so rechts rechts weiter rechts einmal stark rechts und gut einmal stark rechts noch weiter rechts weiter rechts so ist gut jetzt gefahren links bisschen links jetzt Bisschen links. Bisschen links. Links, 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 links. Okay, ist gut. Stopp, stopp, da kommt ein Auto. Haben Sie was? 96. Wie scherz ist das? Links, fahr weiter. Links, ganz links und langsam vor. Links, 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 links. Stark links ein. Und jetzt geradeaus? Rechts, 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 rechts. Was meinen Sie? Rechts. Du sollst doch rechts fahren. Ich fahr doch rechts. Nee, du fährst links irgendwo. Fahr halt an. Jetzt rechts? Nee, du bist im Fluss irgendwo, glaube ich, jetzt gleich. Jetzt ist es ganz dunkel. Hier, ich sehe gar nichts mehr. Ach du Scheiße, wo sind wir denn jetzt? Fahr mal links Gas geben. Links, weiter links, als wenn du in den Kreis fährst. Stopp, stopp. Nicht so viel, keinen ganzen. Zurück, links. Stopp, geradeaus. Links, 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 links. So, so, so. Rechts ein bisschen. Rechts, 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 rechts. Du fährst nicht rechts, du fährst immer geradeaus. Ich fahre rechts. Nein, du fährst geradeaus. Ich fahre rechts. ich höre im baum fällt der auto ist kaputt glaube ich jetzt wärst du ganz zart rechts und geradeaus ganz hart nur das am baum vorbeikommen zart rechts so bleibt so so mit gefühl links 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 weiter weiter links links so ist gut so ist jetzt ganze gas geben bisschen links noch mit gefühl ja du zu fahr du mal jung du machst das schon so wie viel fahrstunden hast jetzt schon ein bisschen links liegt nämlich ein baum oder haben die bestimmt mit den einfach drüber sie ja links bisschen zart so ist das so bisschen rechts bitte rössert weiter legen sie ein bisschen ja so ist gut bisschen rechts gut die sich die jahne mehr die sind schon weiter weiter rechts 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 er kann doch mal gas geben wenn du möchtest noch ein bisschen links 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 das miche kurve so ist gut hervorragend ja in die jungen links das waren weiter links das ist ein bisschen rechts weiter rechts oder kommt ja war super ich habe super gemacht waren sie links gut gut so ist gut zart links und gerade auch dann immer gas geben sie machen immer so ruckartig dürfen nicht so ruckartig lenken rechts ein bisschen ja rechts so links so es war mir ein bisschen langsamer da kommt links kurve schön so schön so weiter 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 stopp und jetzt geradeaus mit gefühl ganz hart das gute das gut lang so gut gibt mal was gummi jetzt geht's auch nicht raus ihr müsst doch die höhe bedenken ach so ja lieber was höher ja es fast nicht schaffen fast aber ein stückchen nach rechts hast du dir das auf der karte markiert ich habe schon gemacht ja drei kilometer nach rechts ja hast du den autohabär aus sie perfekt ich bin scheiß ich bin scheiß ich bin scheiß ich bin scheiß so super ja die geld fliegt besser blinkt als du ein bisschen rechts das stimmt das stimmt so So, weiter nach rechts ein bisschen. Noch weiter nach rechts. Wie ist der Helikopter gerade geneigt? Vielleicht links. Flieg mal langsamer und rechts. So ist er gerade. So, ihr macht jetzt das letzte Stück hier, bitte. So, noch ein Kilometer. Vielleicht links. Ach, andere links. Oh, nee, nee, hoch, zieh hoch. Ich müsste die Kaffee anhaben. Warte, ich warte, erst mal Luft holen, Junge. Warte, ich muss die Kaffee aus. Oh, super. Nach rechts? Jetzt drehen, nach rechts drehen. Weiter, weiter. Stopp, leicht nach vorne. Fliege jetzt direkt aus der Kohl, ist 500 Meter von uns weg. Du fliegst ein bisschen nach rechts, wir müssen aber ein bisschen nach links. So, stopp mal. Du fliegst immer noch, du stoppst nicht. Ja. Jetzt fliegt er hoch. Er bremst nur. Weiter runter. Runter, 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 runter. Weiter, weiter, weiter. Du kannst noch ein ganzes Stück, wir sind noch ordentlich weit oben. Wir sind ordentlich weit oben. Sieht da unter uns, das sieht perfekt aus. Das ist also der Weg. Dann fliegt er runter, runter, weiter, 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 langsam, langsamer. Das sieht gut aus. So weiter und wir sind in ein paar Sekunden auf dem Boden. Ja, ich sag dir, wir haben jetzt ein paar Sekunden auf dem Boden. Höher, wir haben noch höher, langsamer, langsamer, mach den Gegenschub. Okay. Lass ihn so siegen, die Geschwindigkeit. So ist perfekt. Genau so weiter siegen. Wir sind auf dem Boden in drei, zwei, eins. Unten. Touchdown, wir sind gut. Geschafft. Alter. Woohoo!